Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir uns nun die Stammdaten im Bereich Lagerverwaltung anschauen. Wie Sie das schon aus den vorherigen Videos kennen, werden wir das auch wieder zum großen Teil im SAP-System machen und uns dort in den entsprechenden Apps die verschiedenen Stammdaten ankommen. Bevor wir das tun, hier noch mal ein Überblick über die Stammdaten in der Lagerverwaltung. Das sind die hier gezeigten. Das erste Stammdatum, das wir uns ansehen, ist der Lagerplatz. Danach werden wir uns Quants und Lagereinheiten ansehen. Zuletzt werden wir uns dann mit dem Stammdatum Material beschäftigen und da natürlich den Fokus auf den Bereich legen, der für die Lagerverwaltung relevant ist. Lassen Sie uns also mit dem Lagerplatz starten. Um uns den Lagerplatz anzuzeigen, wechseln wir in den Bereich Warehouse Management und dort gibt es die App Lagerplatz anzeigen. Ich habe hier jetzt einen Lagerplatz ausgewählt, in dem ich wusste, dass da auch bestimmte Produkte lagern. Was wir hier jetzt erkennen ist, dass der Lagerplatz sich im Lager 100 befindet. Er ist vom Lagertyp 002 und das ist bei Global Bike das Palettenlager. Und dieser Lagerplatz hat die Bezeichnung STPN-8-000. Wie diese Bezeichnungen aufgebaut sind, das sind sogenannte Platzkoordinaten, werde ich Ihnen später noch erläutern. An dieser Stelle sei nur wieder gesagt, was Sie schon kennen, die letzten drei Zeichen entsprechen wieder ihrem Kürzel, sodass jeder der Studierende, die das System verwendet, eben eigene Lagerplätze hat, die er verwenden kann. Außerdem sehen wir hier noch, welche Lagerbereiche es hier gibt in diesem Lagerplatz. Man sieht, dass es hier nur einen Gesamtbereich gibt und erhält weiterhin Informationen über das maximale Gewicht, das in diesem Lagerplatz lagern darf. Wie hoch die aktuelle Auslastung ist in Prozent. Das ist in diesem Fall sind das jetzt 11,28 Prozent. Und wie viele Quants in diesem Lagerplatz lagern. Im unteren Bereich sehen wir hier auch die Informationen darüber, welche Bestände in diesem Lagerplatz lagern. Da sind in diesem Beispiel zwei Materialien, das Profi Touring Bike 2000 und 1000. Das ist einmal das Profi Touring Bike in Rot und einmal in Schwarz. Man erkennt hier weiterhin, dass sich dieser Lagerplatz im Werk in San Diego befindet, dass der Lagerort Finished Goods ist und hier erkennt man die Menge der Fahrräder oder der Produkte in diesem Fall, die hier lagern. Das sind einmal 20 und einmal 50. Wir können jetzt vom Lagerplatz weiter navigieren und uns auch das Quant anschauen. Dazu wähle ich jetzt mal dieses erste Material aus und klicke hier auf Quant und jetzt sind wir im Stammdatum Quant und wir sehen hier allgemeine Informationen über das Quant. Das ist sich in der Lagernummer 100, Lagertyp 002 und in dem Lagerplatz, den wir gerade gesehen haben, befindet. Hier sehen wir diese Nummer dieses Quant, das ist die 4001 und wir sehen, was dieser Quant beinhaltet, nämlich 20 Stück von dem Material Profi Touring Bike 2000. Hier in dem rechten Bereich sehen wir noch weitere Informationen, die zeigen, wann dieser Quant und durch welche Prozesse oder Belege, der zum letzten Mal geändert wurde. Wir sehen nämlich hier, dass dieses Quant erzeugt wurde durch einen Wareneingang mit der Nummer des Wareneingangsbelegs und außerdem die Waren in diesem Quant durch einen bestimmten Transportauftrag. Das ist hier die Nummer 1 angelegt worden. Ja, wir können hier jetzt draufklicken und gelangen dann an dieser Stelle zu dem Transportauftrag. Da würde ich aber erstmal nicht weiter drauf eingehen. Genauso könnten wir hier doppelklicken und landen dann eben in dem entsprechenden Materialbeleg. Ich navigiere jetzt wieder zurück zum Lagerplatz. Was wir hier jetzt in der Übersicht auch sehen, ist, dass die beiden Materialien, das Profi Touring Bike 2000 und 1000, in unterschiedlichen Quants gelagert sind. Das ist hier zu erkennen. Der Hintergrund ist, dass in einem Quant immer nur Materialien der gleichen Eigenschaft lagern können. Und diese Eigenschaften, die das unterscheiden, das sind die sogenannten Quant trennenden Eigenschaften. Hören, diese Quant trennenden Eigenschaften oder Quant trennenden Merkmale, die schauen wir uns mal auf einer Folie an. Materialien oder Produkte in einem Quant weisen stets die gleiche Ausprägung hinsichtlich dieser Quant trennenden Merkmale auf. Genauer sind das Materialnummer, das haben wir gerade gesehen. In unserem Beispiel waren das Profi Touring Bike 1000 und 2000 unterschiedliche Materialnummern in unterschiedlichen Quants. Außerdem ist die Chargennummer, die Bestandsqualifikation, das Sonderbestandskennzeichen und, falls die Lagereinheiten aktiv sind, die Lagereinheitennummern gleich. Das heißt, alle Materialien in einem Quant haben bezüglich dieser fünf Quant trennenden Merkmale die gleiche Ausprägung. Wenn man das mal umdreht, heißt das auch zwingend Folgendes, dass zwei Materialien mit unterschiedlichen Materialnummern niemals zum gleichen Quant gehören können. Das sind immer zwei unterschiedliche Quants. Oder auch, wenn Chargenverwaltung aktiv ist, zwei Materialien, die zwar die gleiche Materialnummer, aber unterschiedlichen Chargen haben, können auch nie im gleichen Quant gelagert werden. Bevor wir uns jetzt noch die weiteren Stammdaten angucken, nämlich die Lagereinheiten und das Material, schauen wir uns als nächstes den Grund für diesen kryptischen Aufbau der Lagerplatzbezeichnung an. In unserem Beispielunternehmen Global Bike gibt es folgende Lagerplätze. Da gibt es die Lagerplätze, die beginnen mit STPN 1, 2 und 3. Die haben den Lagerplatz 001 und den Lagerplatz Typ S1, das ist ein Regallager. Dann gibt es die Lagerplätze STPN 7, 8 und 9. Dabei handelt es sich um Palettenlager. Es gibt den Lagerplatz Typ 3, das ist der Lagerplatz Typ Wareneingang extern. Das werden wir sehen, wenn wir uns die Bewegungsdaten anschauen, dass Wareneingänge Lagerplätze dynamisch in diesem Lager Typ 03 erzeugen. Dann gibt es den Lager Typ 05, das ist ein Palettenlager, in dem Lagereinheiten aktiv sind. Den werden wir gleich nutzen, um uns das Stammdatum Lagereinheit anzuschauen. Der hat nochmal eine andere Bezeichnung. Es gibt noch die Umbuchungsschnittstelle, die ist dafür zuständig, die Lagerverwaltung und die Bestandsführung synchron zu halten, wenn eine Umbuchung durchgeführt wird. Wie immer ist es eben so, dass die letzten drei Zeichen hier der Lagerplatzbezeichnung mit dem Kürzel ihres Studentenlogins übereinstimmen. Das heißt, jeder Studierende hat in dem System neun Lagerplätze, nämlich sechs Lagerplätze, die mit STPN 1, 2, 3, 7, 8 oder 9 beginnen. Und die drei Lagerplätze in dem Palettenlager, wo die Lagereinheiten aktiv sind. Die Lagerplätze Storage Bin 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 6, 0, 0 zum Beispiel sind noch nicht angelegt. Das sind Lagerplätze, die im Rahmen eines der Praxisfälle angelegt werden. Jetzt habe ich Ihnen erzählt, wie die Lagerplätze aufgebaut sind. Was wir immer noch nicht wissen, ist, warum diese Lagerplätze diese speziellen Kürzel haben. Der erste Teil ist der einfachste. STPN ist einfach eine Abkürzung für Storage Bin, also die englische Bezeichnung für Lagerplatz. Bei den nächsten Zeichen handelt es sich um Platzkoordinaten. Diese Platzkoordinaten beschreiben, wo sich dieser Lagerplatz im Lager befindet. Dazu müssen wir uns jetzt den Aufbau des Lagers bei Global Bike genauer anschauen. Schauen wir uns als erstes den Aufbau des Regallagers an. Den Aufbau des Regallagers habe ich hier auf der rechten Seite der Folie dargestellt. Das Regallager, Lagertyp 001 bei Global Bike, besteht aus sechs Reihen von Regalen. Reihe 1, 2, 3 bis 6. Die Reihen 4 bis 6 sind aktuell noch nichts existent. Das ist noch Möglichkeit für Global Bike, das Lager zu erweitern. Die Reihen 1, 2 und 3 sind im System schon angelegt. Die Lupe soll jetzt darstellen, dass wir uns diese Reihen jetzt genauer anschauen können. Das ist genau das, was auf der nächsten Folie dargestellt ist. Wie sieht so eine Reihe im Regallager bei Global Bike aus? So eine Reihe im Regallager bei Global Bike, wir haben jetzt hier an dieser Stelle die Reihe 1 ausgewählt. Die enthält viele verschiedene Regale. Und zwischen den Regalen gibt es bestimmte Gänge. Und außerdem besitzt jedes dieser Regale zehn Fächer von 0 bis 9. Und aus der Reihe, dem Gang, der Nummer des Regals und der Nummer des Regalfachs ist eben die Bezeichnung im SAP-System abgeleitet. Wie sehen diese Platzkoordinaten jetzt für unser Regallager aus? Die fangen immer mit Storage Bin an. Dann durch Bindestrich abgetrennt ist die Reihe. Und dann wieder durch einen Bindestrich abgetrennt ist Gang, Regal und Regalfach. Also, wenn wir jetzt als Beispiel mal den Benutzer 294 verwenden. Und das Storage Bin in der Reihe 1 des Benutzers 204. Das hätte diese Platzkoordinate, STPN 1, 294. Und wie würden wir jetzt diesen Regalplatz wiederfinden? Das können wir uns hier auf der Grafik anschauen. Wir befinden uns in der Reihe 1. Das ist die Reihe 1. 2 ist die Nummer des Gangs. Das ist dieser Gang. 9 ist die Nummer des Regals. Wir befinden uns also in diesem Regal. Und 4 ist die Nummer des Regalfachs. Also, das ist das Regalfach. Und so sind also in den Platzkoordinaten verschlüsselt, um welches Regalfach es sich handelt. Machen wir mal noch ein Beispiel. Nehmen wir uns zum Beispiel mal dieses Regalfach hier. Das hätte das Kürzel STPN minus 1, weil wir in der Reihe 1 sind. Dann 0 für den Gang 0. 0 für das Regal 0. Und 9 eben für das Regalfach. So sieht der Aufbau des Regallagers auf. Das Palettenlager ist anders aufgebaut. Deshalb sind da auch andere Koordinatenverbände. Palettenlager gibt es zwei Stück. Wir haben einmal das Palettenlager vom Lagertyp 002. Das ist das Palettenlager ohne Lagereinheiten. Und dann gibt es das Palettenlager mit dem Lagertyp 005. Das ist das Palettenlager mit Lagereinheiten. Wir werden uns jetzt nur das Palettenlager ohne Lagereinheiten angucken. Im Palettenlager befinden sich jetzt nicht verschiedene Reihen, sondern da gibt es verschiedene Sektionen. Und was die Lupe hier wieder zeigt, ist, dass wir uns den Aufbau der Sektion 0 jetzt genauer anschauen. Hier sehen wir jetzt die Sektion 0. Im Palettenlager nennt man das Sektion vielleicht, weil das größer ist als beim Regallager, wo das Reihe hier ist. Die Platzkoordinaten im Palettenlager sind jetzt anders aufgebaut. Hier sehen wir den Aufbau der Platzkoordinaten im Palettenlager. Die Platzkoordinaten im Palettenlager, Lagertyp 002, beginnen wieder mit STBN. Dann kommt das Regalfach. Dann Sektion Gang und Regal. Also wir sehen jetzt hier, wenn wir zum Beispiel diese Storage Bin 8 minus 019 verwenden, dann ist das eine Storage Bin in unserem Regallager. Diese befindet sich in der Sektion 0. Das sehen wir hier. Also das ist die Sektion 0. Im Gang 1, das ist der Gang 1 und dort im Regal 9, das ist das Regal 9 und durch die 8 am Anfang ist dieser Lagerplatz verschlüsselt. Also STBN minus 8 019 ist dieser Lagerplatz in unserem Regallager. Das Format für die Platzkoordinaten im Palettenlager mit den Lagereinheiten ist nochmal ein anderes. Das werden wir uns jetzt aber nicht mehr genauer anschauen. Was ich Ihnen damit eigentlich nur zeigen will, ist, dass es Möglichkeiten gibt, durch sogenannte Platzkoordinaten zu verschlüsseln, auch in den Schlüsseln im SAP-System, wo sich etwas im Lager befindet. Das, was wir haben, sind natürlich nur Beispiele, wenn ein Lager bei einem Unternehmen in der Realität anders aufgebaut ist, wenn die eine andere Art von Verschlüsselung benutzen, eine andere Art von Platzkoordinaten. Aber das soll Ihnen eben für die Fallstudie mal so eine ungefähre Vorstellung geben, was da passiert, wenn Sie einen Lagerplatz in einem der Lager von Global Bike suchen und dort dann eben irgendwas einlagen. Gehen wir nochmal zurück auf das SAP-System. Wir befinden uns jetzt wieder in der Transaktion zum Anzeigen des Lagerplatzes. Und ich wechsle jetzt auf einen Lagerplatz, wo die Lagereinheiten aktiv sind, weil die haben wir uns noch nicht angeschaut. Aus der Diskussion gerade wissen wir, dass das der Lagertyp 005 ist und dort gibt es diesen Lagerplatz. Auch dort sollte was lagern. Ja, und das sehen wir schon. Wir befinden uns jetzt im Palettenlager, wo die Lagereinheiten aktiv sind. Auch hier gibt es einen Bestand von dem Deluxe Touring Bike in schwarz. Nämlich, da befinden sich drei Stück auf diesem Lagerplatz. Wir erkennen auch hier wieder die Informationen, die wir schon vorher gesehen haben bei dem anderen Lagerplatz. Im Gegensatz zu den Lager, die wir uns zuvor angeguckt haben, ist in diesem Lagertyp sind die Lagereinheiten aktiv. Deshalb können wir uns jetzt, wenn wir unseren Bestand auswählen, auch die Lagereinheit anschauen. Wir sehen, es gibt jetzt hier eine Lagereinheit, die hat hier die Nummer. Die befindet sich an einem bestimmten Ort in unserem Lagerplatz. Und wir sehen noch weitere Daten. Hier handelt es sich um eine Europalette, die ein bestimmtes Gewicht hat. Auch hier bei den Lagereinheiten gibt es wieder einen Bezug zu den Bewegungsdaten, die diese Lagereinheit zum letzten Mal geändert hat. Das war in diesem Fall wieder ein Transportauftrag mit einer bestimmten Nummer. Wenn wir sehen wollen, was in dieser Lagereinheit lagert, dann können wir diesen Button klicken. Das ist der Button zum Bestand. Und jetzt sind wir in der Ansicht eines Quantts. Wir sehen jetzt ein Quant. Dieses Quant enthält das Material DXTR1000. Drei Stück davon. Und man erkennt aber jetzt an diesem Quant, dass es in einer Lagereinheit lagert. Dieses Quant ist nicht direkt auf einem Lagerplatz, sondern dieses Quant ist in einer Lagereinheit. Und wir sehen hier eben die Nummer der Lagereinheit. Auch auf der Ebene des Quantes erkennen wir jetzt wieder, durch welchen Bewegungsdaten dieses Quant geändert wurde. Ich navigiere jetzt nochmal zurück auf den Lagerplatz und dort auf die Platzaufteilung. Und hier erkennen wir auch, warum dieser Lagerplatz zu 33% gefüllt ist. Dieser Lagerplatz kann nämlich maximal drei Lagereinheiten enthalten. Und aktuell ist eben eine Lagereinheit in diesem Lagereinheit gelagert. Und diese Lagereinheit enthält ein Quant. Ich gehe nochmal zurück. Lagerplatz. Und hier zeigen wir uns die Lagereinheit an. Und das ist Ihnen vorhin wahrscheinlich nicht aufgefallen. Hier ist dieser Querstrich und dann die 1. Und das ist genau da die Lagereinheit in dem Lagereinheit, die da verschlüsselt ist. In unserem Fall, in diesem Beispiel, könnte es hier drei geben. Hören, ein letztes Detail, auf das ich nochmal hinweisen will. Hier in diesem Palettenlager, wo die Lagereinheiten aktiv sind. Das ist auch das einzige Lager bei Global Bike, wo es unterschiedliche Lagerbereiche gibt. Sonst gab es hier immer einen Gesamtbereich. In diesem Lager gibt es jetzt hier eben drei unterschiedliche Bereiche, unten, mitten und oben. Und das ist genau das, was ich Ihnen auch in dem Einführungsbeispiel in den Folien gezeigt habe. Ich blende das gleich hier nochmal mit dem Video ein, dass Sie sich nochmal daran erinnern. Damit sind wir einmal durch die Stammdaten Lagerplatz, Lagereinheit und Quant durch und können uns als nächstes das Material angucken. Dafür navigiere ich wieder auf die Startseite des Fiori Launchpads. Und Sie wissen, dass wir uns die Stammdaten zum Material mit der App Produktstammdaten verwalten, einzeigen können. Ich nehme jetzt ein Produkt, das wir gerade auch gesehen haben, als wir uns die Lagerplätze angeguckt haben. Nämlich das PRTR1000. Und wenn ich jetzt zu den Details der Produktstammdaten navigiere, dann gibt es hier einen Bereich Lagerverwaltung. Und wenn wir da draufklicken, dann sehen Sie, dass Sie nichts sehen. Dieser Bereich ist komplett leer. Also, es scheint so, dass für das Profi-Touring-Bike in Schwarz keine Lagerverwaltungsdaten gepflegt sind. Allerdings ist das ein kleiner Haken in unserem System. Was wir hier sehen in der neuen Fiori-App in S4HANA ist das Extended Warehouse Management. Das Extended Warehouse Management ist, wie der Name schon sagt, erweiterte Lagerverwaltung. Das ist die Funktionalität, die es früher schon gab, aber mit S4HANA jetzt ins Kernsystem gewandert ist. Und das ist die Funktionalität, die hier in dieser App gezeigt wird. Wir verwenden aber das klassische Warehouse Management sozusagen, das es auch schon im SAP ERP gab. Und die Sichten zum Material für die klassische Lagerverwaltung, die sehen wir hier eben leider nicht. Deshalb müssen wir jetzt über den Umweg gehen. Wir müssen uns das Material für die Lagerverwaltung in der alten Anwendung anschauen. Und dazu klicken wir hier auf Öffnen in. Und um das zu tun, gehe ich nochmal zurück auf die Übersicht, klicke hier auf das Kontextmenü und wähle ich hier diesen Link Material anzeigen. Denken Sie daran, falls der Link bei Ihnen nicht verfügbar sein sollte, können Sie ihn sich über weitere Links einblenden. So, wenn ich hier auf Materialanzeigen klicke, dann navigiere ich jetzt sozusagen in die alte Anwendung, um Materialstammdaten anzuzeigen. Und hier gibt es jetzt wieder Lagerverwaltung und das ist jetzt das Warehouse Management, das wir auch verwenden. Wenn man weiter nach unten scrollt, dann sieht man hier auch noch weitere Punkte. Da gibt es jetzt Warehouse Management Execution und Warehouse Management Packaging. Das ist die Sicht des Extended Warehouse Managements, die es hier auch gibt, aber die benötigen wir eben nicht. Also schauen wir uns die Sichten im Material zur Lagerverwaltung an. Was wir jetzt in dieser klassischen App machen müssen, im Gegensatz zu der App, die wir die ganze Zeit verwendet haben, wir müssen schon beim Einstieg die Organisationsebene auswählen, auf der wir uns das Material angucken wollen. In der App Produktstammdaten verwalten, da muss man das nicht machen. Da können wir dann später zu einem Werk navigieren und uns innerhalb des Werks bestimmte Sichten angucken. Hier in der klassischen Anwendung muss man das eben zuvor auswählen. Das Warehouse Management ist in San Diego aktiv und wir haben eine Lagernummer, die 100, die wollen wir uns angucken. Und hier sehen wir jetzt die Sichten im Material für die Lagerverwaltung. Wir sehen jetzt hier sowas wieder wie die Basismengeneinheit. Wir könnten in der Lagerverwaltung auch eine abweichende Mengeneinheit pflegen. Vielleicht wird das Material immer in einem Karton zu 10 Stück ein- und ausgelagert. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir sehen auch noch mal die Gewichte. Auch die kennen wir schon vom Material. Es gibt hier aber noch eine weitere Sicht. Das sind die Lagerungsstrategien. Hinter diesen Lagerungsstrategien verbickt sich das Vorgehen zum Beispiel bei der Auslagerung dieses Materials. Das ist genau das, was die Lagerverwaltung mehr kann als die einfache Bestandsführung. Hier können wir jetzt definieren, aufgrund welcher Strategie die Materialien ausgelagert werden. Zum Beispiel sowas wie First In, First Out. Dass immer die ältesten Materialien zuerst ausgelagert werden. Hier ist es jetzt so, dass die Daten zur Lagerverwaltung auf zwei Screens aufgeteilt sind. Es gibt hier noch den Screen Lagerverwaltung 2 oder den Reiter Lagerverwaltung 2. Da ist jetzt aber nichts mehr weiter für uns Interessantes hinterlegt. Und das war es auch schon zum Material. Die einzige Spezialität, die Sie sich hier merken müssen, ist, dass wir in der normalen App Produktstammdaten verwalten, im Bereich der Lagerverwaltung keine Informationen sehen, weil bei uns eben das Extended Warehouse Management nicht ausgeprägt ist. Damit haben wir jetzt einmal alle Stammdaten angeschaut, die Sie brauchen, um in der Lagerverwaltung die Fallstudie zu bearbeiten. Ich möchte allerdings noch einen Hinweis zur Fallstudie geben, dass Sie nochmal so einen Überblick haben, was passiert da eigentlich. Wir werden in der Teilvideo sehen, dass es in der Lagerverwaltung verschiedene Teilprozesse gibt. Da gibt es zum Beispiel den Teilprozess Waren einlagern. Es gibt den Teilprozess Materialien umlagern. Es gibt den Teilprozess Materialien umbuchen und es gibt den Teilprozess Material auslagern. Diese Teilprozesse sind in größere Prozesse eingebettet. Zum Beispiel ist Material einlagern ein Teil des Waren Eingangsprozesses. Das werde ich Ihnen noch erklären im nächsten Video. Genauso ist Material auslagern ein Teil des Waren Ausgangsprozesses. Dann gibt es im Warehouse Management zusätzlich natürlich auch noch einen Inventurprozess. Was ich Ihnen jetzt hier nochmal zeigen will, ist die unterschiedlichen Fallstudien, auf welche Teilprozesse und Prozesse die sich beziehen. Die Fallstudie zur Lagerverwaltung 1, die bezieht sich genau auf den Waren Eingangsprozess Material einlagern. Das ist auch die, die Sie bei mir in der Vorlesung durchführen werden. Außerdem gibt es eben jetzt noch weitere Fallstudien, die Sie bei mir in der Vorlesung nicht machen würden, zum Umlagern der Materialien, zum Material auslagern oder aber zur Inventur. Also das, was Sie durchführen, betrifft genau den Teilprozess in der Lagerverwaltung des Waren Eingangs. Und da haben wir eben sowas dabei, wie als Teilprozess das Material einladen. Diese Prozesse in der Lagerverwaltung und wie die aus Teilprozessen zusammengesetzt sind, das schauen wir uns an im Detailvideo zur Lagerverwaltung. So viel bis hierhin. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Du warst mal drei Tage wach, verdächtig. Auf deinen Partys läuft nur Krach, verdächtig. Du bist nicht auf Facebook, verdächtig. Arbeitest nicht auf Hochdruck, verdächtig. Du hast mit vier Leuten Sex, verdächtig. Und schickst das Video deinem Ex, verdächtig. Ihr seid alle nicht normal, verdächtig. Ihr seid alle radikal. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Fäck die Exit, muss bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Fäck die Exit, muss bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Du hast ein Geheimnis Verdächtig Du schminkst dich manchmal heimlich Verdächtig Du bist depressiv Verdächtig Deine Zweifel sitzen tief Verdächtig Du pinkelst immer nur im Stehen Verdächtig Du lässt dich vor Netflix gehen Verdächtig Alle deine Freunde Kiffer Verdächtig Mit den Krediten wird das nichts mehr Fahr den MC Catcher hoch Mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt Zapf den Netzknoten an Fahr den Ü-Wagen vor Kauf den Staats-Trojaner ein Bringt die Exit-Naus bei Tor Ihr wollt doch alle sicher sein Fahr den MC Catcher hoch Mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt Zapf den Netzknoten an Fahr den Ü-Wagen vor Kauf den Staats-Trojaner ein Bringt die Exit-Naus bei Tor Ihr wollt doch alle sicher sein Du bist ineffizient Verdächtig Spielst in einer schlechten Band Verdächtig Deine Freunde nutzen Tor Verdächtig Die haben sich da Böses vor Verdächtig 20 Sticker auf dem Laptop Verdächtig Du bist Teil von diesem Netz-Mob Verdächtig Dieser Port-Scan hier Verdächtig Das war doch sicher wieder ihr Fahr den MC Catcher hoch Mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt Zapf den Netzknoten an Fahr den Ü-Wagen vor Kauf den Staats-Trojaner ein Bringt die Exit-Naus bei Tor Ihr wollt doch alle sicher sein Fahr den MC Catcher hoch Mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt Zapf den Netzknoten an Fahr den Ü-Wagen vor Kauf den Staats-Trojaner ein Bringt die Exit-Naus bei Tor Ihr wollt doch alle sicher sein Fahr den MC Catcher hoch Mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt Zapf den Netzknoten an Fahr den Ü-Wagen vor Kauf den Staats-Trojaner ein Bringt die Exit-Naus bei Tor Ihr wollt doch alle sicher sein Verdächtig